Na, wie ist die Aussicht von da oben? Hinreißend. Ich habe auch etwas Unglaubliches gesehen. Daddy, was ist hier los? Ich habe den Eindruck, dass deine Fantasie mit dir durchgeht. Es war nicht meine Idee, in Meghans Schubladen herumzuschnüffeln und ihre Privatsachen zu durchwühlen. Naja, zumindest nicht meine Idee allein. Megan ist überaus sensibel, also unterlass das bitte. Ja, sensibel genug, um zu wissen, dass du sie gerade beäugt hast und um ihren Vorteil daraus zu ziehen, was in deinem Fall Millionen sein könnten. Die Frau hat es eindeutig, nicht darauf abgesehen, mich oder sonst jemanden auszunutzen. Nun, das bleibt abzuwarten. Ich habe genug gesehen, also hör bitte auf, ihr nachzuspionieren. Wieso? Ich dachte... Es hat sich erledigt. Alles, was ich über Miss Richardson wissen muss, werde ich selbst herausfinden. Ich finde, Barbara macht einen großen Fehler. Ich meine, sie würde alles tun, um Chuck nicht zu verlieren. Einfach alles. Und das weiß er auch. Also ist es nur noch eine Frage der Zeit. Großartig. Hörst du mir überhaupt zu? Natürlich. Ach ja, noch was. Ich höre mit der Schule auf, um Bon Jovi zu heiraten. Ich werde dir eine Einladung schicken, ja? Das ist schön, Schatz. Ja. Soviel zum neuesten Klatsch. Hör zu, ich muss zurück in die Tretmühle. Ich gebe Mathe-Nachhilfe für ein paar Schüler. Was? Wo ist Mr. Wunderbar? Scott ist natürlich im Krankenhaus. Habt ihr euch etwa gestritten? Wie kommst du denn darauf? Weil du wie auf dem Mars wirkst, seit ich hier bin. Jedenfalls bin ich wieder in der Realität gelandet. Was ist denn los? Ich meine, du müsstest doch glücklich sein. Du hast alles, was du dir jemals gewünscht hast. Ja. Ja und ob. Aber Scott gehört doch zu dir. Oder nicht? Ja. Für einen Augenblick. Hab ich hier was verpasst? Nein. Aber ich. Ich hätte wissen müssen, dass es zu schön war, um dort zu sein. Was war zu schön? Der Traum, in dem ich gelebt habe. Celeste, was ist passiert? Was passiert ist? Ich bin endlich aufgewacht. Scott, wie geht es Ihnen? Wie ich höre, ist Heather noch hier. Soweit ich weiß. Bevor Sie fragen, nein, ich habe Sie heute noch nicht besucht. Das wollte ich überhaupt nicht fragen. Natürlich nicht. Scott, ich empfinde die Sache wie Sie und das wissen Sie. Entschuldigung, ich habe zu tun. Glauben Sie wirklich, dass das die richtige Art ist, damit umzugehen? Immer noch besser als Beihilfe zum Mord. Hören Sie, ich weiß, wie sehr Sie das erschöpfen haben. Oh nein, ich bin hoch erfreut darüber, dass Heather sich entschlossen hat, unser Kind abzutreiben. Wir sollten das feiern. Vielleicht ein paar Luftballons besorgen, ein paar Geschenke und vor allem eine Geburtstagstorte. Es wird die Anti-Geburtstagsfeier. Nur wird das Geburtstagskind dabei fehlen. Ich wollte mein Arbeitspensum sowieso erhöhen. Und jetzt wäre der passende Zeitpunkt, um mehr Patienten anzunehmen. Ich habe die Absicht, Forschungen zu betreiben, Konferenzen zu besuchen und auch mal wieder zu verreisen. Ich habe seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht. Und vielleicht wäre Poirot-Ovalata ganz schön. Kennen Sie nicht ein gutes Reisebüro, das Sie von mir... Älva, sind Sie sicher, dass das das Richtige für Sie ist? Absolut. Und bitte erzählen Sie niemanden davon. Was soll er niemandem erzählen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und wenn Sie irgendetwas brauchen? Danke. Danke. Und? Wie lange stehst du schon da? Ich bin gerade erst reingekommen. Ich habe euch nicht belauscht. Ich hätte wohl besser meinen Mund gehalten. Wieso? Na ja, los, sag schon, was ist es, das niemand wissen soll? Was glaubst du denn, was es ist? Ich weiß nicht. Du hast mich gestern gebeten zu gehen. Hast du die Abtreibung machen? Hör zu, es ist vorbei, ja. Lass es uns dabei belassen. Na gut. Und, wie fühlst du dich? Erleichtert. Erleichtert? Wieso? Weil es vorbei ist? Das war ganz sicher die schwerste Entscheidung, die ich in meinem Leben bisher treffen musste. Ich war nur überrascht, dass du heute Morgen noch immer hier warst. Ach, weißt du, ich... Es ging mir gestern Abend nicht so gut und ich wollte nicht nach Hause. Wie wäre es denn, wenn du bei mir wohnst, bis es dir wieder besser geht? Wer hat denn gesagt, dass es mir schlecht geht? Ich dachte, dass du... Weißt, dass ich die üblichen Depressionen nach einer Abtreibung habe, aber nein. Nein, keine Sorge, das wird nicht passieren. Wie, ähm... Wie kannst du dir so sicher sein? Ich bin doch Psychiaterin. Ich wusste vorher, was auf mich zukommen würde. Es... Es geht mir gut. Sieh mich nicht so an, bitte. Na, wie sehe ich dich denn an? Na, als ob ich irgend so ein... Ein Monster wäre. Ich will nur das Beste aus der Situation machen, das ist alles. Schon gut, ich sage ja gar nichts. Ich dachte nur... Verstehe doch, ich brauche deinen Trost. Na schön, wenn du meinst. Heute ist... Heute ist ein Neubeginn. Ich habe alles im Griff. Ich will mein Leben weiterleben, es muss weitergehen und... Mir geht's gut, das kannst du mir glauben. Das macht wirklich Fortschritte. Es war eine tolle Idee. Hatten Sie viel Ärger mit der Schulverwaltung? Oh, nur bis Ihnen klar wurde, dass es Sie nichts weiter kostet als ein bisschen Farbe und ein paar Pinsel. Schulinspektor Wade war allerdings nicht sonderlich begeistert, dass sich die schwarzen Schafe, wie er sie zu nennen pflegt, mit einbeziehen wollte. Er wollte tatsächlich die Polizei einschalten. Sie sind wahrscheinlich die erste Direktorin, die jemals Interesse an Ihnen gezeigt hat. Sie müssen heute wirkliche Problemkinder unterrichten, wissen Sie? Zweite Klasse. Oberstufe. Sie haben bei den Tests durchweg als schlechteste abgeschnitten. Es ist vermutlich eine Frage der Einstellung. Naja, vielleicht hören Sie auf mich ja eher als auf einen Lehrer. Tja, genau das erhoffe ich mir. Ja, ich weiß, Sie sind dieser Sache gewachsen, aber vielleicht sollte ich Sie vorerst unterstützen. Es wird schon gehen. Ich meine, warum sollte ich nicht mit Ihnen fertig werden? Also gut. Machen Sie das aus. Was? Ich sagte, machen Sie die Musik aus. Würden Sie etwas leiser sein, wir können die Musik nicht hören. Ich fühle mich geschmeichelt. Natürlich, das war alles schon da, bevor ihr Picassos hier aufgetaucht seid. Habe ich recht? Okay, an die Aure. Das hier ist Emily Di Napoli. Sie hat sich bereit erklärt, Ihnen Nachhilfe zu geben. Ja, sie kann meinen Bleistift anspitzen jederzeit. Ich warne Sie, McAllister. Wenn Sie Emily nur ein einziges Mal schräg ansehen, fliegen Sie so hochkant aus meiner Schule, dass ihr Hintern nicht vor Los Angeles landet. Ist Ihnen das klar? Das ist doch keine Art, mit seinen Schülern zu reden. Kein Wunder, dass die Kids heutzutage so verkommen sind. Ich schaue später noch mal rein, okay? Okay. Viel Glück. Danke. Okay, holt jetzt bitte eure Hefte raus, damit wir anfangen können. Entschuldigen Sie, Miss Di Napoli, aber könnten Sie meins bitte rausholen? Ihr seid doch hier, um zu lernen, oder nicht? Liebe ist mehr als nur ein Wort. Liest du wirklich so einen Müll? Ja, hier. Und das Klopfen in ihrer Brust wurde immer stärker. Er musste es gefühlt haben. Als er sich ihr langsam näherte, öffnete sich ihr Herz dem Seinen in süßer Hingabe. Verschärmt. Schreibt euch sofort wieder hin, alle beide. Frau Lehrer, wir wollen doch wissen, was dann ist. Das ist scharf. Wer hat das überhaupt geschrieben? Und wie komme ich zu einer Verabredung mit dir? Du hast es nur mal gelesen? Gestern Abend, ja. Hattest du nichts Besseres zu tun? Ich hätte in die Kneipe gehen können, um Mädchen aufzureißen und Dummheiten zu machen. Lies, mein Junge, lies. Ich fand ja, dass Einsames Herz dein bestes Werk war, bis ich mit dem hier angefangen habe. Es ist unglaublich gut. Es wird garantiert wieder ein Bestseller. Wollen wir es hoffen? Wie läuft's an der Highschool? Wie immer. Wir hatten gestern einen wahnsinns Schneesturm. New Hampshire ist weiß. Das muss wunderschön sein. Ich wünschte, ich wäre da und könnte es sehen. Ach, bevor ich's vergesse. Wir haben die Klausuren zurück. Und? Irgendwelche Überraschungen? Nein, nur, dass sie noch keine besseren Noten als sehr gut erfunden haben. Brillant und auch noch bescheiden. Das liegt in der Familie. Sag mal, was hast du diesen Sommer vor? Ich dachte, ich komme zu dir nach Rom. Ich halte das für keine gute Idee. Wieso nicht? Ich habe extra meinen Pass verlängert. Naja, ich dachte, wir könnten die Queen Elizabeth nehmen und nach London fahren und von dort aus mit dem Orient Express quer über den Kontinent. Willst du etwa den Vorschuss auf dein Buch verprassen? Was ist übrigens mit diesem Charles? Magst du denn meinen Helden nicht? Ich habe mich gefragt, warum er so schlecht zu seinen Kindern ist. Oh nein, eigentlich ist er das nicht. Charles ist ein sehr mächtiger Mann, der alles kontrollieren will. Seine Kinder eingeschlossen. Er glaubt, er beschützt sie. Liebling, ich muss auflegen. Es kommt jemand. Hör zu, ich rufe dich bald wieder an. Ja, ich hab dich lieb. Ich dich auch, Mom. Hallo. Hallo. Sehen Sie mal, was direkt vor Ihrer Tür so alles wächst. Was ein warmer Tag wie gestern doch alles bewirkt. Die Natur explodiert in der Vorfreude auf den Sommer. Das habe ich bemerkt. Was halten Sie davon, wenn wir heute hier arbeiten? Einverstanden? Natürlich, ja. Nehmen Sie Platz. Also, was wollen Sie noch von mir wissen? Nun, ich würde mich gerne über Channing Junior unterhalten. Äh, ich dachte, das Thema wäre erledigt. Naja, Sie haben mir zwar viel erzählt, aber nichts darüber, wie er gestorben ist. Sein Tod war ein schrecklicher Unfall. Ich hatte vergessen, meinen Revolver zu sichern. Er ging los. In Sophias Händen. Oh, Sophia hat ihn getötet. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Ich habe mich reingeschlichen. Stimmt nicht. Ich habe mich selbst eingeladen. Halb in der Hoffnung, deinen Vater und wie ist ihr Name in Flagranti zu erwischen. Das hört sich gar nicht nach dir an. Kelly, ich habe gestern einen ihrer Romane gelesen. Ich glaube, dass mich all diese versteckte Gier nervös gemacht hat. Dad ist im Gästehaus, falls du dich das fragst. Er arbeitet bei ihr. Ist er niedlich. Das ist noch lange nicht alles. Ich will nichts mehr davon hören. Was meinst du, warum ich dich zum Essen eingeladen habe? Ich mache mir Sorgen um ihn. Sieht mir ganz danach aus, als ob er sich bestens amüsiert. Das ist es ja, was mir Sorgen macht. Er war mal genauso misstrauisch wie ich und plötzlich kauft er ihr ihre Schmierenkomödie ab. Ich verstehe das nicht. Und du nicht? Du etwa? Dafür bin ich wohl etwas zu befangen. Das bin ich auch. Ist gut. Wir dürfen unsere Nasen auf keinen Fall in Sachen reinstecken, die uns nichts angehen. Wir haben kein Recht, uns einzumischen. Nicht das Geringste. Wir sollten uns wirklich schämen, daran auch nur zu denken. Das ist gemein. Absolut richtig. Oh, wen sehe ich da noch nicht weg? Ich habe nichts Besseres zu tun. Mir geht es wirklich ausgezeichnet. Ich muss nicht mit zu dir kommen. Na, dann lass mich wenigstens deine Tasche nehmen. Und was weiter? Ich bringe sie zu deinem Auto. Und dann? Tja, dann werde ich dich darin einschließen und dich an einen geheimen Ort bringen und dich so lange gefangen halten, bis ich absolut sicher bin, dass es dir gut geht. Ich wusste es. Hey, womit habe ich dich eigentlich verdient, Tom? Na, ich würde sagen, du hast einfach Glück gehabt. Ich weiß. Und ich zeige meine Dankbarkeit, indem ich alles auf dich wälze. Tut mir leid, Michael. Okay. Also, raus hier. Ja. Ihr Zimmer müsste jetzt eigentlich fertig sein. Oh, Heather. Hallo, Jet. Ich habe gehört, dass du hier bist. Gleich nicht mehr. Ich bin auf dem Weg nach Hause. Soll ich dich fahren? Darum wollte ich dich gerade bitten. Gut. Michael? Nicht doch, die nehme ich. Vielen Dank. Schon gut. Oh, Heather. Hey, will sie denn nicht aufpassen? Das war doch nicht mit Absicht. Ist hier etwa dicke Luft oder was? Ich weiß nicht, wie ich mich dazu überreden lassen konnte. Wozu? Hier zu essen. Hier. Entspann dich. Schließlich war das mal dein Zuhause und ich bin deine Tochter und ich wohne hier. Was verlangst du denn sonst noch? Eine falsche Nase, einen Bart und eine Brille vielleicht. Weißt du, was dein Problem ist? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Du bist nicht über Daddy weg. Okay. Ach, dein Interesse an Megan hat dich verraten. Streit es nicht ab. Neugier. Ich bin nur neugierig. Das ist alles. Es ist wesentlich mehr als das. Das neue Leben, das du führst, ist nicht gerade das, was du dir vorgestellt hast. Alte Gewohnheiten halten sich lange, Kelly. Irgendwie scheine ich permanent die Vergangenheit mit der Gegenwart zu vergleichen. Ich verbinde mit diesem Haus einige meiner schönsten Erlebnisse und natürlich auch einige meiner unangenehmsten. Mir kommt es so vor, als ob nichts von dem, was jetzt geschieht, noch so intensiv und bedeutungsvoll ist wie damals. Gutes wie schlechtes nicht. Wenn du etwas Bedeutungsvolles tun willst, hilf mir herauszufinden, was Miss Richardson im Schilde führt. Kommt nicht in Frage. Dein Vater kann zusammen sein, mit wem er will. Und tun, was ihm gefällt, dem stelle ich mich nicht in den Weg. Ach nein, seit wann das denn? Komm schon, du brennst doch darauf, es zu wissen. Hallo. Hallo, Sophia. Das ist ja eine Überraschung. Ja, eine Überraschung. Hallo. Das war meine Idee, Daddy. Und? Musste sie dich da zu lange überreden? Es ist schön, dich zu sehen, Schatz. Stell dir vor, Mann, an der Westküste war es gestern über 30 Grad heiß. Au, das ist einfach fantastisch. Oh, wäre das spitze, jetzt an irgendeinem Strand zu liegen. Also ich muss hier mal raus, sonst bekomme ich noch einen Koller. Dann mach dich auf etwas gefasst, weil du nämlich in absehbarer Zeit ganz bestimmt nicht hier rauskommen wirst, Kumpel. Komm schon, Mann, sei doch kein Spielverderber. Wieso bist du eigentlich so besessen von Kalifornien? Weil es dort besser ist als in diesem Kloster. Wie willst du das wissen? Du warst doch nie westlich von Mississippi. Aber diesen Sommer mach ich da einen drauf. Willst du mitkommen? Wir zwei, Kilometer von Strand, übersät mit Motten. Motten? Puppen, Mädels. Oh ja, ich sag dir, die sind anders als in Kalifornien. Das muss in der Luft dort liegen. Falkenröcke und Kniestrümpfe werden da an der Grenze verbrannt. Es gibt nur Bikinis, so weit das Auge reicht. Ich kann's kaum erwarten, deine Postkarten zu kriegen. Ich könnte dir Surfen beibringen. Dafür müsstest du es erstmal lernen. Hast du diesen Sommer was Besseres vor? Ich war nach Europa zu meiner Mom. Tja, das ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Du kennst doch das Lied von David Lee Ross, California Girls. So eine Oldie-Gruppe hat es zuerst gespielt. Na egal. So wie in dem Lied ist es dort auch. Hey, die haben's da wirklich drauf, Mann. Du kannst dich an jedem x-beliebigen Strand auf die Jagd machen. Ich schwör's dir, du siehst da in fünf Minuten mehr Miezen als hier in einer Million Jahren. Hey, du kannst doch deine Erfahrung nicht aus den Büchern deiner Mutter beziehen. Und wieso nicht? Es ist ein interessantes Konzept, aber ich sehe nicht so recht, wie sich Guns and Roses bei Gesichter von Santa Barbara einbeziehen lassen. Aber ich denke darüber nach. Danke. Ich wollte dich nicht stören. Dich schickt der Himmel. Was führt dich denn hierher? Ich möchte dich zu einem romantischen Mittagessen. Oh, Schatz, ich würde lieben gerne, aber ich kann nicht hier weg. Wenn das so ist, dann müssen wir eben hier essen. Was ist das? Ich sehe, dass ein Magier ein Essen in dein Büro gebracht hat. Mein Kompliment an den Küchen, Chef. Ich sehe es gern, wenn du so glücklich bist. Dein neuer Job scheint dir gut zu bekommen. Er ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe das Gefühl, dass ich hier etwas bewege. Gut, solange ich dich weiter so lächeln soll, bin ich zufrieden. Wollen wir piknicken? Ich möchte nur kurz nach Emily sehen. Sie hat es heute mit ein paar schwierigen Fällen zu tun. Sie haben wahrscheinlich den Mund nicht aufgekriegt, seit ich gegangen bin. Aber... Was ist? Gib mir das Buch! Hey, reg dich ab. Wir suchen nur die Stellen mit den heißen Nummern. In diesen Büchern gibt es doch immer solche Stellen. Sofort, aus damit! Jawohl, Ma'am. Du hast sowieso keine Lust mehr zum Leben. Wie wäre es, wenn wir deine kleine Geschichte nachschauen? Ich hole den Schlüssel. Na, endlich! Was ist hier los? Wollen Sie ein Tänzchen? Weg mit dem Messer, Junge. Oder Sie bekommen Ärger mit mir. Komm, hol es dir. Ich rufe Hilfe. Na, was ist? Hast du die Hosen voll? Ja, was zum Aufschlitzen. Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Ich bin der neue Bezirksstaatsanwalt. Ich bin nicht gerade der Mann, den Sie bedrohen sollten. Also weg mit dem Messer und ich verspreche Ihnen, Sie gehen nicht ins Gefängnis. Wenn Sie nicht hören, sperre ich Sie ein. Bist du durch, Mann? Steck's weg! Der kriegt mich doch sowieso dran. Was hab ich denn zu verlieren? Was macht's schon, wenn ich ein Stück von ihm mitnehme? Ich habe Sie gewarnt. Michael! Eason und Emily werden im Klassenzimmer mit einem Messer bedroht. Hast du die Polizei verstanden? Die ist unterwegs. Wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann sind das kleine Jungs, die vor Erwachsenen keinen Respekt haben. Eine Familientragödie? Nein, das kann es nicht sein. Eine Naturkatastrophe? Nein, davon hätte ich gehört. Der Wille Gottes? Nein, unmöglich. So etwas Banales würde dich nicht dazu bringen. Vielleicht eine Mahlzeit? Nein, das glaube ich auch nicht. Das ist zu profan, um dich herzulocken. Also sag schon, wie komme ich zu diesem außergewöhnlichen Vergnügen? Kelly hat mich hergebeten. Oh, Kleines. Du kannst ja Berge versetzen. Und sie hat nicht dem Geringsten nachgeholfen, nehme ich an. Ich hatte nicht die geringste Lust, dir zu begegnen. Und genauso wenig deiner... Na, wie nennst du sie jetzt? Deine Biografin, Geschäftspartnerin, Bekannte? Ich nenne sie Megan. Ah ja? Überleg dir, wie du sie ansprechen willst, denn sie kommt zum Essen her. Ihr könnt uns gerne Gesellschaft leisten. Oh ja, bitte. Was geht hier eigentlich vor? Oh, dann streiche ich wohl besser die Biografin, Geschäftspartnerin, Bekannte. Wieso? Weil es dir nicht unangenehm wäre, wenn eine der drei mit mir gemeinsam essen würde. Aber wenn es sich um die Freundin handelt, erscheint die Sache in einem ganz anderen Licht. Sie ist nicht meine Freundin. Natürlich nicht. Immerhin schließt die Bezeichnung eine gewisse Unschuld ein. Selbst wenn sie es wäre, was würde dich das angehen? Nichts. Überhaupt nichts. Das geht mich aber auch gar nichts an. Und wenn du auch nur einen Moment glaubst, dass mich das trifft, schmeichelst du dir selbst. Warte, ich bring dich raus. Bon Appetit. Mach dir nichts draus. Schon gut. Hallo. Oh, hallo. Hallo, Kelly. Hallo. Hallo. Tut mir leid, dass das passiert ist. Ich finde, das war eine sehr interessante Unterhaltung. Inwiefern? Hast du bemerkt, wie defensiv dein Vater war? Das habe ich dir doch gesagt. Kelly, brauchst du immer noch Hilfe dabei, das Geheimnis der Rätselhaften Madame X zu lüften? Ja. Es tut mir unendlich leid. Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass die war... Schon gut. Jetzt weiß ich wenigstens, was mich erwartet, wenn ich jemals Lehrerin werden sollte. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Ach, ich glaube, Sie hatten die Sache ganz gut unter Kontrolle. Nein, ich habe versucht, mich da rauszureden. Also, Sie sind ja mit dem Kerl umgegangen wie ein erfahrener Polizist. Ich war auch mal einer. Ein Polizist? Ja, manchmal verwirrt mich das selbst noch ein wenig. Ein wirklich interessanter Berufswechsel. Lassen Sie mich raten. Ich vermute, die Kanzel war mächtiger als das Schwert. So könnte man es formulieren, ja. Was ist das denn hier? Ein Zehn-Kilometer-Lauf für die Kinder? Ach so, ja. Das Kinderheim organisiert diesen Lauf, um Geld zu sammeln. Und ich würde die Flugblätter gerne in der Schule verteilen. Mit Erlaubnis der Direktorin. Oh, sicher. Es wäre sogar möglich, dass sie selbst mitläuft. Schön. Je mehr, desto besser. Dann bist du denn das letzte Mal gelaufen? Ja. Ähm, vor Ewigkeiten. Das ist wirklich gemein, sogar für meine Begriffe. Es dient einer guten Sache. Erzähl das mal deinen Vater. Das muss ich hoffentlich nicht. Wonach suchen wir eigentlich? Psst. Frag mich. Ich habe keine Ahnung. Das letzte Mal, als ich hier war, konnte ich nichts finden. Aber ich weiß, dass Megan die Aufzeichnungen irgendwo hin verschickt. New Hampshire? Ja, da ruft sie immer an. Das steht auf Daddys Telefonrechnung. Woher wusstest du das? Seh mal hier. Postfach Nummer 384, Hanover, New Hampshire. Lust auf einen Vorgeschmack? Oh, für mich geht nichts über eine richtig gute Story. Megan? Megan, ich bin's. Ich wollte das Manuskript holen. Megan, sind Sie da? Megan? Wir waren so nah dran. Wir waren nah dran, erwischt zu werden. So was Blödes. Sie tut so, als ob diese Papiere heilig wären. Okay, wir haben vielleicht die erste Lieferung verpasst, aber wir haben etwas, was ebenso wichtig für uns ist. Was denn? Eine Adresse. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was sie uns nutzt. Das nächste Mal nehmen wir den Schlüssel. Na, wenigstens bin ich reingekommen, nicht wahr? Und hast dir dabei fast den Hals gebrochen. Mein Held. Na ja, jedenfalls. Jedenfalls habe ich den Kerl gezeigt, wo es lang geht. Das hast du allerdings. Wenn das mit dem Bezirksstaatsanwalt nicht klappt, kannst du es als Polizist probieren. Oder als Schlosser vielleicht. Oh, ich glaube dann doch eher als Polizist. Ich würde Cruz Castillo noch ein, zwei Dinge zeigen. Oh, auf keinen Fall. Glaubst du, das könnte ich nicht? Ich bin mir da nicht so sicher. Abgesehen davon bist du nicht der Typ dafür. Oh, und was für ein Typ ist das? Ähm, draufgängerisch. Siehst du, da habe ich gerade am herrlichsten Tage die Direktorin geküsst, wenn das nicht draufgängerisch ist. Oh, Draufgänger, du. Weißt du, seit wir nach Santa Barbara gekommen sind, habe ich sehr viel an dir kennengelernt, das mir unbekannt war. Ich, ähm, habe das Gefühl, ich weiß nicht alles von dir. Nun, man weiß nie wirklich alles über einen Menschen. Das macht eine Beziehung ja so überaus spannend. Erst wenn es keine Überraschungen mehr gibt, entstehen die ganzen Probleme. Um auf das Laufen zurückzukommen, wann hast du damit angefangen? Oh, ich war sehr jung und voller Energie, die ich einfach loswerden musste. Ich brauchte ein Ventil. Bis ich kam und du dich anders ausdrucken konntest. Ja. Nun, ich überlege, ob ich nicht wieder anfangen sollte. Hm, du hast doch nicht, ähm, die Absicht, mich damit reinzuziehen. Aber du willst doch Schritt mit mir halten, oder? Beim Laufen, nein. Ich glaube, ich fange heute Nachmittag an. Willst du nicht doch mitlaufen? Ach, weißt du, eigentlich würde ich ja gern, aber... Ich glaube, ich muss mir da noch eine Ausrede einfallen lassen. Du musst arbeiten. Oh, das ist gut, genau. Ich muss arbeiten. Ich muss dringend zurück ins Büro, ja. Hol dir keine Zerre. Okay. So, Sie ruhen sich jetzt erst mal aus. Ich sehe später nach Ihnen. Danke, Doktor. Schon gut. Ich komme gleich nach, okay? Kein Wunder, dass du weg von der Straße bist. Wieso, was meinst du? Komm schon, kleine Freundin. Ein gut aussehender, netter Kerl. Ich wusste nicht, dass so eine Kombination noch existiert. Ich glaube, ich habe den letzten erwischt. Ich wollte dir nochmal danken, dafür, dass du mich nicht kompromittiert hast. Schätzchen, ich würde dich nie enttäuschen. Du glaubst nicht, wie ich mich für dich freue. Du bist im rechten Moment aus den richtigen Gründen abgesprungen. Ein paar mehr Fahrten auf dem Karussell und du würdest vielleicht hier liegen mit deinem Innersten nach außen gekehrt. Weißt du, was das Schwerste am anständigen Leben ist? Die Miete zu bezahlen. Also dann das Zweitschwerste. Was? Sex. Kindchen, das sollte für dich kein Thema sein. Das ist ja das Problem. Ich habe es so oft gemacht, um Geld zu verdienen, dass ich vergessen habe, wie man es aus Liebe macht. Ergibt das einen Sinn? Zu viel Sinn. Ich war auch mal verliebt. In einen Freiherr, stell dir vor. Wir hatten eine Wahnsinnszeit zusammen, bis es so weit war, ins Bett zu gehen. Wir hatten es vorher schon getrieben, okay. Aber dann, als er nicht mehr das Privileg hatte, dafür zu bezahlen, wurde es kompliziert. Aber wieso denn? Ich weiß nicht. Er hat es einfach nicht in seinen Kopf gekriegt, dass ich mich nicht verstelle. Die meisten Typen rutschen drüber und werden danach ruhig, zünden sich eine Zigarette an. Aber er war anders. Er fing sofort mit seinem Verhör an. Habe ich was gefühlt oder habe ich es ihm nur vorgespielt? Und, was war es? Die Wahrheit? Ja. Tja, ich war mir da nie so ganz sicher. Ich weiß auch, dass mich das letztendlich wieder auf die Straße geführt hat. Da draußen weiß ich wenigstens, was ich tue. Sex, Sex ist einfach. Aber Liebe ist verdammt schwierig. Hat er dir nicht gefehlt? Doch, ich habe ihn auf geschäftlicher Basis weitergetroffen. Und sobald er wieder ein Freier wie alle anderen war, hey, kein Problem. Aber eins kann ich dir sagen. Ich weiß, dass wenn dieser Mann mich in seine Arme genommen hat, alles um uns herum versank. Es gab nur noch uns. Wer ich war und womit ich mein Geld verdiente, es war ohne jede Bedeutung. Es ist verdammt schade, dass zur Liebe mehr gehört als nur eine rauschende Nacht. Das kannst du laut sagen. Oh ja. Ich muss gehen, Scott wartet auf mich. Okay. Kann ich noch irgendwas für dich tun? Außer dich zu umarmen. Weißt du was? Gib doch klar keinen Kuss von mir, okay? Mach ich. Pass auf dich auf, ja? Bitte. Muss ich wohl. Sonst macht es ja keiner. Bis dann. Die Abtreibung verlief doch gut, oder? Es gab keine Komplikation. Das müssen die Helfer fragen. Ich habe es eilig. Ich habe eine Verabredung mit meinem Wolfschläger. Entschuldigen Sie mich. Gehen wir essen? Nein, danke. Ich habe keinen Hunger. Möchtest du lieber allein sein? Das würde mir auch nicht helfen. Was würde helfen? Vielleicht darüber zu reden? Nein, das macht mich nur noch wütender. Helfer wollte sich rächen und bei Gott, das ist dir gut gelogen. Ich bin auch verantwortlich dafür, nicht, dass das ein großer Trost wäre. Ich fühle mit euch beiden und ich, ich wünschte nur, ich könnte etwas sagen oder tun. Du hast mir mehr geholfen, als du es dir vorstellen kannst. Du warst für mich da. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun werde. Manchmal ist eine kräftige Umarmung schon genug. Er war mächtig und dennoch verletzlich. Zornig, aber auch voller Güte. Selbstbesessen und doch großzügig. Ein einsamer Mensch, der großer Emotionen fähig war. Ein Mann voller Widersprüche. Wie soll ich das verstehen? Na ja, haben wir nicht was zu feiern? Äh, nicht, dass ich wüsste. Immerhin sind wir mit dem Buch halb fertig, oder? Freuen Sie sich drauf, nicht loszuwerden? Natürlich nicht, setzen wir uns. Ich dachte nur, dass Sie mich vielleicht sehr bald nicht mehr brauchen. Na ja, in zwei Monaten sollte ich alles zusammen haben, aber dann muss das Material noch sortiert werden. Aha, na ja gut, dann trinken wir eben auf unsere Gesundheit. Auf die wundervollen Wochen, die uns noch bleiben. Ich bedauere, dass diese Zeit zu Ende geht. Ich habe unser Zusammensein sehr genossen. Nachdem Sie Ihr anfängliches Misstrauen überwunden hatten. Ich muss mich dafür entschuldigen, Sie mit meiner Neugierde beherrlicht zu haben. Ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, wer Sie sind. Darf ich noch einen Toast aussprechen? Auf Megan, meine Biografin, meine Geschäftspartnerin, meinen Freund. Für mich ist es eine Ehre und eine große Freude. Darf ich Ihnen eine geheime Fantasie anvertrauen? Ich weiß nicht, zurecht. Also, so geheim ist sie eigentlich gar nicht. Ich wäre zu gern einer dieser Helden in einem ihrer Liebesromane. Das ist wirklich nett von dir gemeint. Und ich weiß es zu schätzen, aber ich bin einfach nicht in der Stimmung. Ich bin nur nach Hause. Das ist mir leid. Nein, das willst du nicht. Ach, nein? Nein. Das Letzte, was du jetzt brauchst, ist allein zu sein. Ich glaube, ich weiß, was dich bedrückt. Es hängt damit zusammen, dass du im Krankenhaus warst. Wenn es etwas anderes als deine Schwangerschaft wäre, hättest du es mir gesagt. Du hast abtreiben lassen, nicht wahr? Komm schon, mit mir kannst du reden oder habe ich dich jemals enttäuscht? Nein, hast du nicht. Sicher, es ist bestimmt alles andere als angenehm. Aber du solltest mit jemandem darüber reden. Ich stehe zur Verfügung und ich mag dich. Vergiss nicht, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Das ist ja das Schöne an dir, danke. Du hast mir auch schon geholfen. Nein, bis jetzt noch nicht. Okay. Na gut, früher oder später wirst du es. Weißt du, sogar ich brauche manchmal eine Frau. Na, das ist ja ganz toll. Sieh mal, wer gerade gekommen ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Stadt nur aus zehn Leuten besteht, von denen ich neun am liebsten von Hintzen sehen würde. Als ob wir alle Teil eines Schauspiels wären, an dem immer die gleichen Darsteller auftreten und begegnet immer wieder denselben Figuren. Ganz plötzlich habe ich sogar noch weniger Hunger gegen mir. Also, ganz meinetwegen, es brauchen wir nicht zu gehen. Nein, es ist meinetwegen. Mach dir das draus. Na los, trink was. Das wird dir gut tun. Was ist? Ich kann nicht. Aber wieso nicht? Das ist ein guter Wein. Na mach schon, nur ein Schlückchen. Moment mal. Du kannst nichts trinken? Sieh an. Du hast es nicht getan. Du willst das Kind behalten. Du hast nicht abgetrinkt. Heather, du bist immer noch schwanger. Ich bin geschafft. Morgen werde ich mich vor Schmerzen kaum rühren können. Wie viel war es denn? Oh, es waren mindestens 100 Meter, wenn nicht mehr. Gibt es keine kürzeren Strecken? Ich glaube, das wäre eher was für mich. Alles klar? Ja. Denkst du darüber nach, was in der Schule passiert ist? Nein, das ist es nicht. Soll ich raten? Daran würdest du keine Freude haben. Das beurteile ich lieber selbst. Also gut. Aber ich habe dich gewarnt. Ich habe eine Freundin. Sie ist eine Frau, die mir sehr viel bedeutet. Sie hat gerade abtreiben lassen. Deswegen war ich in der Schule. Das mit den Flugblättern war nur ein Vorhang. Ich habe alles versucht, um es ihr auszureden, aber sie war fest entschlossen. Und jetzt ist es zu spät. Du hattest recht. Ich möchte wirklich nicht darüber reden. Siehst du, und ich möchte nicht gerne über meine Freundin reden. Es geht hier um uns. Nein, schon lange nicht mehr. Erinnerst du dich, warum wir das erste Mal zusammen waren? Meinst du, das könnte ich jemals vergessen? Weiß nicht. Manchmal sieht es aus, als würdest du es gern. Und du gibst überhaupt keine Ruhe. Sag mal, warum bist du so versessen, die Vergangenheit herauf zu beschwören? Weil nicht alles, was wir erlebt haben, schlecht war. Und das möchte ich dir klar machen. Weißt du noch, als du das erste Mal wegen Jamie zu mir gekommen bist... Hör auf damit, bitte! Nein, nein, das werde ich nicht, bitte. Nein, nein, Laura, dieses Mal nicht. Wirklich lieber nicht. Warum nicht? Das wird mir zu viel. Außerdem trinke ich sonst um diese Uhrzeit nie etwas. So kommen wir mit der Arbeit nicht voran. Genau darum geht es. Sissi, hören Sie, ich... Wieso laufen Sie eigentlich ständig vor mir weg? Vielleicht, weil Sie mich so hartnäckig bedrängen. Sie sind wunderschön, wissen Sie das? Hören Sie, das Essen war ausgezeichnet, aber ich muss jetzt... Darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Hören Sie auf! Wollen Sie das denn wirklich? Ja, das habe ich doch gesagt, oder nicht? Ist Ihnen klar, was Sie mit mir anstellen? Es ist nicht das, was Sie vielleicht denken. Sie geben mir ein Selbstwertgefühl. Megan! Nein, bitte lassen Sie mich! Vielleicht sollten wir doch darüber reden, Scott. Mein Baby ist tot. Was soll ich groß sagen? Ich weiß es nicht. Ich wünschte nur, du würdest mich dir irgendwie helfen lassen. Alva ist die Einzige, die das hätte tun können. Und sie hat mich ausgeschlossen. Ich kann nicht einfach ignorieren, was sie getan hat. Das war auch ein Teil von mir, was sie zerstört hat. Ich weiß. Und ich weiß, wie viel es dir bedeuten würde, ein Kind zu haben. Aber vielleicht... ...wirst du eines Tages eins haben. Das Schlimmste ist, sich so hilflos zu fühlen. Ich hatte absolut keine Chance, das Kind zu retten. Heather war so borniert, dass sie nichts von dem hören wollte, was ich zu sagen hatte. Ihr ging es nur darum, es mir heimzuzahlen. Und das dann gleich doppelt und dreifach. Du hast doch wirklich alles versucht, oder? Was... was kann man denn mehr tun? Mehr. Irgendwie mehr. Ich hätte sie aufhalten müssen. Ich habe mein Kind sterben lassen. Oh Gott. Wie soll ich weiterleben? Ich konnte es nicht. Ich konnte mich nicht dazu durchführen, obwohl ich wirklich alle Gründe der Welt dafür gehabt hätte. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es die bessere Lösung gewesen. Ich konnte es nicht tun und darum... ...bekomme ich ein Baby. Wann wirst du dir die Neuigkeit bekannt geben? Auf jeden Fall erst dann, wenn es dich absolut nicht mehr vergangen lässt. Und dass du ja niemandem etwas sagst. Das ist doch wohl klar. Das hier wird ganz allein mein Baby sein, nicht das von Scott. Ich werde es nicht missbrauchen, um ihn zurückzugewinnen. Weißt du was? Du bist eine tolle Frau. Also es ist wirklich zu komisch. Ich habe Michael sicher hundertmal gesagt, dass ich das Baby nicht haben will, weil ich nicht in der Lage wäre, ihm die Liebe zu geben. Er war überzeugt, dass ich mich irre. Vielleicht kennt er mich wirklich besser, als ich mich selbst könne. Weißt du, ich liebe dieses Baby mehr, als ich es mir je vorstellen konnte. Ich konnte die ganze Nacht an gar nichts anderes denken. Es ist, als hätte ich einen neuen Freund, einen, den ich für den Rest meines Lebens haben werde. Und, wo ist das Problem? Du wirst ein Kind bekommen. Das ist wie ein Wunder. Du solltest das feiern. Ich glaube, ich habe zwei neue Freunde. Kann das sein? Sag bitte nichts, hör einfach zu. Du weißt, dass ich ganz genau mitkriege, was hier vorgeht. Gar nichts geht hier vor. Wir begegnen uns ständig und tun so, als ob es nur Zufall wäre. Aber das glaube ich nicht. Es war niemals wirklich ein Zufall. Genauso wenig wie dein Umzug nach Santa Barbara. Und ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass die Abtreibung zu diesem Zeitpunkt... Oh, mir nicht, Ida, mit deinem Ohm. Von mir aus nenn es, wie du willst. Es wird uns verfolgen. Was willst du von mir, Michael? Ich, ich war mit Jamie vor 17 Jahren schwanger. Ich war ein Kind. Ich kann mich kaum an etwas erinnern, das ich damals... Doch, du erinnerst dich genau daran, wie es damals war. Du weißt noch, wie du die Vorstellung gehasst hast, das Kind zu bekommen. Du weißt noch, welche Todesangst du hattest. Und auch, wie ich dich davon überzeugt habe, nicht abzutreiben. Und du erinnerst dich an den Moment, als du deinen Sohn zum ersten Mal gesehen hast. Und daran, wie du dich gefühlt hast. Und Jamie wäre nicht geboren worden. Und genauso wenig wäre er erschossen worden. Verdammt, Michael, ich hab dir gesagt, ich will nicht darüber reden. Es ist vorbei. Nein. Es hat vor acht Jahren in einem Lagerhaus aufgehört. Es hat nicht aufgehört. Wenn du recht hättest, dann wäre alles viel einfacher. Es ist nur deshalb schwer, weil du keine Ruhe gibst. Ich werde jetzt nach Hause zu meinem Mann gehen. Von mir aus schwelge in deinen Erinnerungen, so viel du willst. Nur halt mich da raus. Ich werde jetzt nach Hause reinziehen. Über das ist ein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020